Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer der Tiberium-Konflikt in der letzten Mission der Nordkampagne. Ja, machen wir den Sack zu, erledigen wir diese Mission und setzen damit Cains Plan fort. Wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall diese erste Insel geschafft und müssen jetzt mit diesen Carriers hier diesen Teil der Map erreichen. Allerdings bin ich mir ziemlich unschlüssig, was genau das bedeutet, denn wir haben ja jetzt schon Fahrzeuge gebaut hier auf der ersten Insel und die können wir ja vermutlich nicht mit rübernehmen. Das heißt, es lohnt sich jetzt hier auch überhaupt nicht, irgendwas zu bauen. Ein paar Axeros und ein paar Flammen der Läuterung können wir nochmal nehmen, dann haben wir etwas gegen Fahrzeuge sowie auch gegen Infanterie. Die können wir eben mit rübernehmen, das dürfte also kein Problem sein. Und ansonsten können wir dann hier im Prinzip nur noch ein paar Ressourcen sammeln und die Gebäude, die wir hier nicht mehr brauchen, verkaufen. Denn, wie gesagt, ich denke nicht, dass es einen Landzugang gibt zur nächsten großen Hauptinsel, wo sich dann der Kampf gegen GDI fortsetzen möchte mit Joe. Können wir ihn auch mitnehmen? Oh mein Gott, wenn wir Joe mitnehmen können, dann kann ja nichts mehr schieben. Oh, da ist ein Rackkreuzer. Vorsicht, Vorsicht. So, das sind erstmal 10, 11. 10 können wir ja direkt mit rübernehmen. Hm. Ja, wir speichern erstmal. Ich bin gespannt, was mich dort drüben erwarten wird. Wir müssen natürlich rüberfliegen, wenn der Rackkreuzer nicht gerade da langfährt. Ansonsten haben wir ein Problem. Wir nehmen auch den Invasor mit. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir da drüben entweder irgendwie eine bestehende Basis einnehmen müssen. Also irgendwas muss ja da drüben passieren. Da ich keine Fahrzeuge mitnehmen kann, können die ja wohl kaum von mir erwarten, dass ich in irgendeiner Art und Weise den... Was ist jetzt passiert? Was war das denn? Ja, das kann ja nur ein Luftschlag gewesen sein, okay? Meine Güte nochmal. Ich hasse die Scheiße. Die Scheiße hasse ich wirklich. Eigentlich könnten wir auch mal das Kraftwerk hier übernehmen. Aber wir bauen erstmal ein neues hier hin. So, wahrscheinlich. Hauptsache, der Strom ist wieder an. So, unsere Truppen sollten für den Anfang eigentlich... Hallo? Okay. Jawohl, Sir. Warum geht's? Okay. Merkwürdig. Das war den Herren wohl nicht angenehm genug. So, setzen wir unsere Truppen rein. Und dann bin ich gespannt. Ich hoffe, es wird nicht allzu hart da drüben. Aber... Es muss ja irgendwas passieren. Kriegen wir vielleicht noch einen MBF? Könnte auch sein. Boah, er ist auch merkwürdig wäre. Da müssen wir landen. Ich will da hin. Wir müssen auf den Rackkreuz aufpassen. Oh mein Gott. Noch ein Versor. Okay, speichern. Er ist weg und wir können landen. Ja, das ist super. Ja, jetzt haben wir auch die Atombombe. Ready. Allerdings lohnt es sich gerade noch nicht wirklich, die irgendwo hinzuschießen, weil wir ja nichts wissen. Wir könnten sie blind hier irgendwo hinschießen, aber das ist aufgrund der hohen Aufladezeit dieser Waffe nicht wirklich effektiv. Helitrans erstmal wieder zurückziehen. Können wir nachher noch Joe mit rüberholen. Dann haben wir ausgesorgt. Dann hat die GDI sowieso keine Chance mehr, auch mit ihren überlegenen Waffen nicht. Mal hoch. Vorsichtig. Ich erwarte eigentlich jederzeit einen Angriff hier. Da oben ist auch was. Was ist das? Das könnte eine Mauer sein. Hinein ins Unbekannte. Okay, hier ist ein Krankenhaus. Und ein Kraftwerk. Warum stehen die da? Ah, okay. Hier ist auch die B... Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wir erkunden jetzt hier noch ein bisschen weiter. Aber dann weiß ich, was ich machen soll. Hier scheint erstmal tatsächlich nichts zu sein. Wir ziehen uns mal zurück. Wir nehmen jetzt mit dem Invasor eines dieser beiden Gebäude ein. Und dann können wir von hier aus ja neue Gebäude bauen. Zum Beispiel eben die Landebahn. Oder die Hand von Nott. Deswegen werden wir die jetzt gleich mal verkaufen. Wir brauchen die halt drüben gar nicht mehr. Und werden die dann auf der neuen Insel hier bauen. Oh, Gott sei Dank greift der Rackhäuser nicht an. Das wär jetzt echt mindblowing schlecht gewesen. Aber auf die Idee war ich gar nicht gekommen, dass man ja gar keinen Bauhof einnehmen muss. Oder so. Sondern das kann ja jedes x-beliebige Gebäude sein. Ist natürlich ganz geil. Und dann können wir nachther vielleicht auch noch die Skraftwerk drüben einnehmen. Die Frage, ob wir jetzt groß Obelist des Lichts noch bauen werden auf dieser Map. Das wird die Zeit zeigen. Wir werden auf jeden Fall erstmal Leute rübernehmen. Groß Angriffe haben wir bisher nicht zu befürchten. Aber wer weiß, wie der Gegner sich hier oben verhält. Vielleicht auch ganz anders. Ich mein, da hat er ja auch direkt die, 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 die Hauptarmee hier drauf. Wahrscheinlich. Soll ich erstmal nochmal das Doppelkraftwerk hier einnehmen. Dann können wir nämlich nochmal überlegen, ob wir jetzt hier Obelist des Lichts zur Verteidigung noch dazusetzen. Jetzt haben wir Joe dabei. Ganz ehrlich Leute. Also was soll denn da noch passieren? Mammut Panzer. Joe hustet einmal dagegen. Oh, die Dinger sind porös. Sehr verständlich. Jawohl. So. Jetzt kommen wir hier hin. Hand von Nord kommt auch noch mit rein. So. Was bauen wir denn hier mal als erstes? Ich würde sagen, wir bauen erstmal ein paar Panzer. Wobei Nord Mod zur Erkundung ist besser. Da können wir wenigstens mal ausmachen, wo der Gegner sich befindet. Ja, das sind wir hier hin. Okay, jetzt brauchen wir hier am besten auch später noch eine. Okay, der ignoriert mich immer noch. Geil. Er muss nur noch einmal vorbeifahren, dann ist er down. Okay, könnt ihr warten, Leute. Wartet. So, noch Mod. Kann man auch ganz gut nutzen gegen die Bomber. Aber dafür bräuchten wir schon mehrere. Ja, die Raffinerie hier unten zu übernehmen ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Weil da ja auch kein Sammler dabei ist. Und im Grunde haben wir hier bald sowieso alles abgegrast. Das lasse ich also mal. Die Raffinerie werden wir hier oben hinsetzen. Damit wir auch dieses Vorkommen anzapfen können. Ja. Perfekt. Raktzeros. Auf den Sammler müssen wir hier auch gut Acht geben jetzt. Die Werkstatt brauchen wir hier oben aber auch, definitiv. Wir werden hier Fahrzeuge bauen und dann ist es absolut notwendig. Im Grunde können wir den, ja, wollte ich gerade sagen, Antoinette verkaufen. Vielleicht schon auch verkaufen. Bringt nochmal ein bisschen Boost hier. Von unserem, von unserem, von unserem Bankkonto sozusagen. So, was haben wir denn hier Feines? Nichts, nichts. Tiberium, Tiberium. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die sind näher als ich dachte, ehrlich gesagt. Die sind relativ hart verteidigt auch. Wobei, das ist eigentlich die Standard. Will ich jetzt die Atombombe dafür benutzen? Ich glaube eher nicht. Allerdings, ähm, wenn wir jetzt noch länger warten, dann hätten wir schon eine zweite Ladung von der Atombombe haben können. Ah ne, das geht ja gar nicht, oder? War es nicht so, dass wir mit einem Tempel von Not nur eine Nuklearwaffe abschießen können? Warum patrouillieren die da oben jetzt rum? Alter, was kommt denn da alles? Ah, okay. Im letzten Moment drehte er ab und ließ den Sammler in Ruhe. Ich merke schon, wir werden hier auf jeden Fall ein Obelisk des Lichts brauchen. Und wir werden auch, ähm, Fackeln der Erleuchtung gut benutzen können. Da kommt er ja auch, da ist er auch schon. Das will denn der Panzer jetzt hier? Mann! Das sind doch zwei Rackzeros, das ist echt wenig. Vorsicht, Not-Mod soll nicht sterben. Okay, wir können gerade so abwehren. Oh, Fackel der Erleuchtung, auf jeden Fall. Oh, scheiße, was kommt noch? Alter! Was, mein Sammler, mein Power-Zepfchen? Sehr schön. Heute Abend gibt es Barbecue. So, wir brauchen, wir brauchen mal irgendwas Handfestes. Wir brauchen Panzer. Wir brauchen gleich auch Mantel des Schweigens. Und wir brauchen einen Hammer, der schießt das Ding jetzt hier. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Okay, das klang auf jeden Fall schon mal so, als wären da jede Menge Leute gestorben. Und es klang auch danach, als wären, ähm, Gebäude zerstört worden wären. Wir werden hier oben jetzt auf jeden Fall mal ein obelistisches Lichtschen bauen. Ein paar Sandsäcke. Sandbarrieren sollten reichen. Da kommt... Oh Gott, sie haben einen Joe. Fucking shit. Aber er wird sterben, oder? Bevor er ankommt. Nein! Tot. Gut. Peace. Was eine einzige Fackel der Erleuchtung anrichten kann, ist schon erstaunlich. Äh, wir machen das nochmal weg, das ist zu nah dran. Wir brauchen einen etwas längeren Weg noch. Konstruktion fertig. Dann keine obelistisches Lichts, schon vorher müssen wir es reißen. Gut. 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 Okay. 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 Okay, sie haben es auf die Raffinerie abgesehen. Ich hätte jetzt schon fast befürchtet, dass es einfach voll durch meine Infanterie flügt. Alles umbringt. Jetzt müssen wir auch gleich den Sammler reparieren. Jetzt ist er als nächstes dran. Wie sieht es hier aus? Ja, wir können... Ganz ehrlich, wir können jetzt das Kraftwerk eigentlich mal zerstören. Ich brauch's an sich nicht. Und ich will ihm auch die Energie nicht lassen. Wir können ja noch mal ein paar Leute hier einkarren. Es ist noch mal Panzer gekommen. Perfekt. Obel ist das Licht. Hoffentlich wird die Verteidigung hier gut halten. So, die Raffinerie ist gleich auch präpariert. Flarag. Bauen wir eine Flarag? Wir bauen mal eine Flarag. Aber wir haben ja im letzten Video schon oder in der letzten Folge gesehen. Allzu gut sind die jetzt nicht. Sie verfehlen vollkommen ihr Ziel Flugzeuge abzuschießen. Keine Ahnung. Was war das denn? Aha. So, da kommen die Nächsten. Da haben wir jetzt die Flarag. Ja, machen wir mal hier hin. Brauchen wir noch eine. So, das Spiel ist gespeichert. Oh, noch mal ein bisschen erkunden. Yo, worauf wartet ihr denn? Vor allen Dingen stehen die Grenzen... Oh, Moment. Hat der gerade keinen Strom? Er hat gerade keinen Strom. Sonst hätte der, der, der Turm doch geschossen. Das heißt, eigentlich wäre jetzt der ideale Moment, um anzugreifen. Ziehen wir die Panzer mal hoch. Wenn wir nämlich nur die Geschütztürme da haben, die einfachen, dann sollten wir mit diesen Truppen klarkommen. Also, Angriff. Direkt mal ausnutzen. Solange er es nicht gepeilt kriegt, ein Kraftwerk zu bauen. Hat sich also wirklich gelohnt, das Kraftwerk da unten zu zerschießen. Perfekt. Erster weg. Der zweite auch weg. Und jetzt die Türme. Die Türme auf jeden Fall down schießen. Wenn die kaputt sind... Oh Gott. Ist das ein Dave? Es ist ein Phil. Phil Miller. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Zerstört den Turm. Zerstört ihn. Er muss weg. Why is it so hard? Okay. Ja, hier hat unsere Atombombe eingeschlagen. Das ist eine Waffenfabrik. Okay, die übernehmen wir erstmal. Und da oben. Ah Gott. Oh Scheiße. Scheiße, Scheiße. Zurück. Okay, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt auf. Wir versuchen es einfach mal. Das sieht aber nicht gut aus. Was hat er denn da oben für Invasoren und alles? Komm ich nicht ran, ne? Na Scheiße. Da steht der kacken Baum im Weg. Ja, wir könnten natürlich auch hier den GDI-Bauhof einfach übernehmen. Er baut die Wachtürme neu. Alter, nervt er mich schon wieder. Wir brauchen einen Hammer der Gnade. Wir brauchen definitiv einen Hammer der... Oh Mann, er baut das alles neu. Wie soll ich denn mit den... Jawohl, Sir. Reche auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Scheiße. Konstruktion Taktik. Vor allen Dingen stecken jetzt auch meine Einheiten ein bisschen fest. Weil die da ja auch nicht rauskommen. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Da haben wir der Gnade. Wird dann wahrscheinlich wieder von den GDI-Bombern gejagt. Das kennen wir ja auch schon. Jawohl, Sir. Den setzen wir auch mal rüber, auch wenn es nur Peanuts sind. Aber Einheiten sind Einheiten. Alter. Ja, das ist mies, ey. Mann. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Ja, dass der Panzer verliert, wundert mich jetzt nicht. Scheiße, der Oberlist. Schieß. Die verhalten sich manchmal aber auch dämlich. Jetzt hat der einen scheiß verbesserten Wachtturm dahingestellt. Fuck, ey. Wir haben das Fenster echt verpasst, wo wir hier gut hätten reingehen können mit den Rasuren. Jetzt hat er da wieder diese zwei befestigten Wachtürme. Die fetten. Da war sein Sammler. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das geht langsam natürlich auch ein bisschen das Geld aus. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Türme wieder kleinschießen. Wenn wir mit den Invasoren nicht da reinkommen. Dann haben wir ein Problem. Na, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, die... Oh nein, 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 oh Gott. Ich wollte nämlich gerade gucken, hat er wieder Strom. Hat er zwischendurch vielleicht wieder irgendwo was verloren, aber nee. In dem Fall hat das leider nicht geklappt. Jetzt kommt er hier permanent von rechts. Moment. Die haben den Sammler gar nicht abgeschossen. Hat er vielleicht gerade wirklich keinen Strom? Ja, testen wir das mal. Okay, er hat Strom. Da ich so unfassbar klug war, da eben zu speichern, bräuchte ich das eigentlich gar nicht machen. Also das wieder laden. Weil wir den Hammer der Gnade eh verloren haben. So eine Kacke. Aber wir können ihn langsam zerschießen. Ja, ich... Fiel mir gerade auf, dass ich auch einfach den Helitrans nehmen kann. Ziemlicher Depp. Allerdings regelt das auch nicht, wie wir da drüben den anderen befestigten Wachturm tot kriegen. Der steht ja da oben noch. Bup. Was macht er denn da jetzt? War das gerade ein Kommando? Er kommt mit einem Scheißkommando an. Ich fasse es nicht. Okay, wenn der durchkommt, haben wir ein Problem. Der muss einfach sofort sterben. Los. Wie fährst du? Alter, ich schlipp aus. In Ordnung. Reparatur läuft. Jawohl, start. Jawohl, start. Das ist das Problem in diesem Spiel. Das ist die Einheit manchmal einfach so unfassbar klobig sich bewegen. Jawohl, start. Böcher auf. Böcher auf. Jawohl, start. Bestätigt. Das ist gar nicht, was das soll. Jawohl, start. Bestätigt. Dann schieß ihn meinetwegen klein. Ich glaube, er hat hier noch angelaufen. Dann metzeln wir jetzt erstmal nieder. Ja, das muss reichen. Gibt's gedacht. Gibt's gedacht. Alter. Recher auf. Das ist nicht zu fassen, wie die sich verhalten. Jawohl, start. Gut, Hammer der Gnade ist wieder fertig. Wir müssen einfach irgendwie diese Turme loswerden. Jawohl, start. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht den Wachtturm schon ein-, äh, den, die Maschinenfabrik da einnehmen können. Jawohl, start. In Ordnung. Der Wachtturm da oben, der könnte sich dann auf die Maschinenfabrik oder Waffenfabrik konzentrieren und wir könnten dadurch mit unseren restlichen Truppen den befestigten Wachtturm zerstören. Jawohl, start. Wir brauchen die Möglichkeit. Nein. Nein. Holy shit. Okay. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Dass die meinen Sammler bisher noch nicht angegriffen haben, wundert mich ein bisschen. Oh, scheiße. Ich nehm alles zurück. Es ist passiert. Aber ich werde niemals aufgeben. Auch wenn ihr Joe getötet habt. Moment, haben sie noch gar nicht. Der steht noch in der Base, glaube ich. Jo, es klappt. Und das Geile ist halt, wir haben jetzt nicht eine GDI-Technologie zur Verfügung. Alter. Ja. Was ist das denn überhaupt, dass er innerhalb von Sekunden zwei Gebäude rauskriegelt? Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, start. Konstruktion fertig. Die Not-Kampagne war noch nicht unfair genug. Jetzt muss der Gegner auch noch solche Hacks einsetzen. Jawohl, start. Verstärkungen sind eingetroffen. Das hat ja keine Chance. Jawohl, start. In Ordnung. So. Probieren wir das von der Seite nochmal. Verstärkungen fertig. Recher auf. Reparatur loft. Okay, jetzt, okay. Jetzt fängt der andere auch Panzer und alles wieder zu bauen. Das ist natürlich auch cool. Recher auf, start. Recher auf. Recher Ordnung. Jawohl, start. Recher auf. Recher auf. Jawohl, start. Jawohl, start. Natürlich könnte ich jetzt mit dieser Übermacht hier zum Beispiel die Türme angreifen. Mit all meinen Truppen. Allerdings wären die Verluste einfach auch zu hoch. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Insofern machen wir... Oh, jetzt. Oh, Mann, ey. Ja, genau. Ich hasse es. Man hätte auch einfach weniger Lack saufen können, dann wäre das gar nicht erst passiert. Lack ist nicht zum Saufen da, Freund. Oh, Gott sei Dank. Okay, der ist weg. Jetzt ist die Frage, ob wir den Zweiten auch noch abgeschossen kriegen. Jawohl, start. 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 Mann, wie lange dauert das denn? Ein bisschen fertig seid. Ist der... Jawohl, start. Ist der Nächste auch schon wieder repariert? Recher auf. So, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Und dann zerstören wir da oben jetzt den Dritten. Und dann nehmen wir den Bauhof ein. Und wir nehmen die Waffenfabrik ein. Und dann geht der Spaß bei ihm erst so richtig los. Dann haben wir nämlich Mammuts. Dann haben wir wahrscheinlich Stahlhagel. Und dann kann er mich mal... Jawohl, start. Recher aufstetigt. Jawohl, start. Los, Hammer der Gnade. Vernichte. In Ordnung. Stetigt. Jawohl, start. Was ist das denn jetzt schon wieder? Warum hat er denn auf einmal eine größere Reichweite? Jawohl, start. Ich flippe aus, ey. Jawohl, start. Was ist denn das für ein Spiel, wo die Verhältnisse auf einmal umgedreht werden? Vielleicht ist der Winkel auch scheiße gewesen. Kann ich nicht so richtig beurteilen. Jawohl, start. Recher auf. In Ordnung. Okay, dann versuchen wir es jetzt mal von hier drüben. Recher auf. In Ordnung. Einheit verloren. Unfassbar. Wirklich. Unfassbar. Jawohl, start. Recher auf. Steht nicht. Was greift denn da jetzt schon wieder an? Okay. Reparatur Luft. Ich dachte, er kommt zur Abwechslung auch mal mit Mammutpanzern oder so. Jawohl, start. Recher auf. Jawohl, start. Jawohl, start. Ich dachte, für eine Sekunde so funktioniert es. Aber dann war es doch schon wieder scheiße. Jawohl, start. Wir müssen jetzt langsam echt mal klarkommen. Das hält man ja nicht aus. Wir greifen uns einfach mit allem an. Leck mich. Es wäre schön, wenn wir dabei nicht den Bauhof zerstören. Perfekt. Und jetzt da oben schnell die. Und natürlich die Invasoren. Die Invasoren. Zerschießt sie. Oh, Gott sei Dank, ey. Aber da oben ist noch einer. Erstmal reparieren. Boah, ey. Die ganzen Rakzeros. So. Bauen wir Mammutpanzer. Okay, ich kann keine Kommunikationszentrale bauen. Dann können wir auch keine. Dann können wir keinen Stahlhagel bauen. Ist echt nicht dabei. Schade eigentlich. Ich hätte gerne beide Gebäude gehabt. Also Tempel von Notzo wie auch das. Aber das geht offensichtlich nicht. Ja, dann brauchen wir ja mehr nicht bauen. Dann brauchen wir jetzt Mammutpanzer und hoffen, dass es dann irgendwie reicht. Mammutpanzer in der Notfarbe sehen auch ganz cool aus. Das hat was. Ja, im Grunde können wir unsere Truppen jetzt auch wieder abziehen. Da oben kann ich eh nicht hinfahren, weil der Baum im Weg ist. Und ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. Und wenn doch, habe ich halt Pech gehabt. Wir sollten uns jetzt echt darauf konzentrieren, genügend Truppen zusammenzustellen. Und dann werden wir seine letzte Base spüren. Die ist ja da an der Seite. Und dann... Dann war's das. Dann obsiegt Cain. Wir müssen eigentlich mal was gegen seinen Sammler machen. So, zwei Mammutpanzer. Also wir ziehen jetzt einfach mal alles vor seine Base. Wir müssen halt auch darauf achten, was passiert, wenn wir seinen Sammler wirklich angreifen. Es kann durchaus sein, dass er so viel hat, dass wir Probleme haben werden. Wissenjäger, weg mit dir. Du bist Fallobst. Okay, so aufsteht. Sorry. Es ist immer wieder geil zu sehen, wie sich die Panzer mega einabnippeln müssen, um überhaupt eine Infanterie-Tour zu kriegen. Wenn es nicht so wäre, wären sie auch einfach viel zu spät. Okay, hallo. Nice. Alter. Hat er gerade mit seinem Sammler versucht, mein Obelistisches Licht anzugreifen? Oder was war das? Muss man so dumm sein. Naja, wir brauchen noch mal ein paar mehr Mammut. So viel scheint er auch gar nicht mehr zu haben. Ich meine, wenn das jetzt alles war mit dem Truppen, mit dem er da rauskam, dann hätte er irgendein Problem. Recher auf. Geldmittel ausreichend. Müssen wir ja Truppen sammeln. Jawohl, zahl. Recher auf. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Fahren wir einmal rüber. Es kann sein, dass da nämlich auch noch Tiberium ist und dann könnte... Ah, da ist ein Blütenbaum, okay. Der Sammler könnte nämlich auch da sammeln. Und das will ich auch nicht zulassen. Er soll komplett... Jawohl, zahl. Da kommt er. Da kommt er doch schon wieder. Jawohl, zahl. Habt ihr ihn neben meiner Seite gesehen? In Ordnung. Da kommt der Sammler zurück, da ist er. In Ordnung. Rechen ihn mal an. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Bestätigt. Konstruktion fertig. Jawohl, zahl. In Ordnung. Jawohl, zahl. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, zahl. In Ordnung. Rechen auf. Die Reichweite. Aber der Sammler ist tot. Das ist die Hauptsache. Oh, guck mal oben. Seine Silos sind leer. Jawohl, zahl. Allerdings auch nur für ein paar Sekunden, dann sind sie wieder brechend voll. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. So. Ich weiß nicht, mit wie viel Mammutpanzern wir dann durchstarten werden. Blut gedaut. Dann werfen wir wieder den nächsten vier Stück Kammer schon. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. So wahnsinnig viel werdet ihr nicht tun können. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Bestätigt. Gegen meine Angriffswelle. Jawohl, zahl. 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 So, da kommt der nächste, ach, da kommt der nächste Sammler, ist das nicht bescheuert. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Es ist und bleibt einfach manchmal bescheuert. Jawohl, zahl. 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 Aber auch hier haben sie wieder meine Hammer der Gnade aufs Korn genommen. Weil sie genau wissen, was passiert, wenn wir welche haben und er die nicht abwehren kann. Auch wenn das Scheiße lief, werde ich jetzt hier erstmal speichern. Wir sind an dem Sieg jetzt trotzdem nicht so weit entfernt. Insofern. So, vier Mammutpanzer. Mann. Ist doch immer zu weit. So, da oben kommt der fünfte Mammut. Konstruktion fertig. Man fühlt sich wie in so einer schlechten Zeitschleife gefangen. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Kommst du zu. Fass dich. Bestätigt. Bestätigt. Bresch auf. Ja, der kommt da rein. Der Schleifung ist ein Mammutpanzer. Die Mammutpanzer sind zu stark. Und weg ist er. Wechselt sie. Das ist echt immer wieder ein Wunder, wie er noch produzieren kann. Bresch auf. Bresch auf. Das habe ich in so vielen Missionen schon gedacht. Und jedes Mal passiert es wieder. Aber wir werden ihm jetzt keine Gnade mehr lassen. Wird gebaut. Hm. Jetzt den letzten Passdruck nochmal zusammen. Und dann sollten wir gleich mal versuchen anzugreifen. Ich denke, wir könnten es schaffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Und wenn das das letzte ist, was er noch hat, eine andere Base kann ja eigentlich nicht mehr stehen, dann haben wir diese Kampagne tatsächlich endlich hinter uns gebracht. Ich wäre echt froh drum, denn die Not-Kampagne war echt kein Pappenstiel. Kein Zugerstellchen. Absolut. Hat mich wirklich vor eine harte Probe gestellt, das Ganze. Bresch auf. Bresch auf. Bresch auf. Bresch auf. In Ordnung. Bestätigt. Jawohl. 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 Er hat gerade einfach den Turm verkauft. Jawohl. Jawohl. Auch nicht schlecht. Aber das bedeutet im Prinzip auch, dass er Geldnot hat. Und dass er nicht glaubt, dass dieses verschwendete Geld irgendwie sinnvoll ist. Jawohl. 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 Macht er das bei den verbesserten Türmen auch? Jawohl. 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 Also wenn er die jetzt auch verkauft, dann haben wir den Tag der Aufwand hier bei einer kleinen Base. Jawohl. 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 Nur mal ausprobieren hier. Bestätigt. Jawohl. Jawohl. Bestätigt. 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 Nice. Okay. Und schaut mir seine Silos an. Die sind immer noch leer. Das heißt, er hat jetzt gerade echt zu kämpfen mit dem Geld. So, wenn jetzt der letzte Turm auch noch weg ist, dann, ähm, können wir mit einem großen Angriff, ja, okay, starten wir mit einem großen Angriff auf seine Base. Erstmal die Fackel der Erleuchtung nach vorne und die werden jetzt schön die Infanterie-Units wegfressen. Wie auch immer er jetzt doch noch wieder einen fucking Sammler hingekriegt. Jawohl. 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 Okay. Er verkauft, er verkauft selbst, das ist ja auch richtig dämlich, er verkauft selbst die Kaserne. Jetzt, okay, jetzt müssen wir den Bauhof zerstören. Wenn der Bauhof down ist, ist er Boden. Der hat hier scheinbar eh nichts mehr. Oh, oh Scheiße. Hat er gerade seinen Ich will mich flexen, der hat seinen Bau verkauft. Oh, Kahnpanzer. So, alle zusammen auf das Ding. Dürfte er jetzt nicht mehr mit viel ausmachen. Vielleicht ist es. Was sollen denn diese Ausgänge nach oben und nach links? In Ordnung, Pecher auf. In Ordnung. Nein, da darf es sein. So, jetzt noch die letzten. Was ist das da oben? Ach, das ist die Silo. Jetzt noch die letzten Gebäude wegschießen und dann haben wir es doch endlich. Meine Güte. In Ordnung. Komm, wir gehen auch hier noch wegschießen, aber ganz ehrlich, gar nicht mal so schwer. Das ging eigentlich. Wenn ich das mit anderen Missionen vergleiche, wo die Startbedingungen einfach derart verdreht und den Arsch waren, dann war das hier doch eigentlich ganz passabel. Wird gebaut. Jawohl, reiche auf. Schon dabei. Jawohl, reiche auf. In Ordnung. Wahnsinn. Jawohl, reiche auf. Bestätig. Reiche auf. Wird gebaut. Jawohl, reiche auf. Das waren auch zwei Siegel. Drei. War hier nicht auch irgendwo noch ein Panzer? Konstruktion fertig. Schaut mich, ob man von oben hätte reinkommen können, wenn man von hinten langgekommen wäre oder sowas. Oder mit dem Heliklein vielleicht. Jawohl, stehe auf. Dann hätte man die Basis einnicken. Wobei, da waren Wachtürme. Ne, das hätte nicht geklappt. Jawohl, stehe auf. Aber frage ich mich schon, ob die Möglichkeit irgendwie da gewesen wäre. Oh nein, ein Joe und ein Pilz am Ende hin. Wo ist der Panzer? Okay, der ist nicht mehr da. Konstruktion fertig. Hier fuhr aber mal einer lang gehen, haben wir gesehen von unten. Und. Guck mal hier, konnte man voll gut lang gehen da oben. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Man glaubt es kaum. Unfassbar. Effizienz 5%. Okay, Führung 54. Aber im Großen und Ganzen bin ich ganz, ganz zufrieden damit. Und wir haben einfach die fucking Nordkampagne abgeschlossen. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Und dann gucken wir uns doch mal an, wie die Welt jetzt aussieht, nachdem Cain sie beherrscht. Deine Erfolge haben uns hierhergebracht, mein Freund. Der Tempel ist vollendet. Und wir sind bereit für unseren größten Feldzug. Entspanne dich erstmal. Und sieh zu, wie meine Netrunner tanzen durchs Netz des Cyberspace. Und dort drinnen beherrsche ich die Welt. Fangt an. Okay. Virtual Reality mal anders. Okay. Okay, die rennen im wahrsten Sinne des Wortes durchs Netz. Und finden Dinge. Das ist eine witzige Idee, irgendwie das so darzustellen. Oh nein! Okay, die sind beide weitergekommen. Nein! Wir haben nur noch eine Chance. Nettrunner-Chan. Gib dir Mühe. Willkommen in der orbitalen Verteidigungsmatrix. Der globalen Defensiv-Initiative. Die Welt. Wo soll ich zuschlagen? Wo fühlt die Welt am schmerzhaftesten die Klinge des GDI-Verrates? Du hast so viel dazu beigetragen, der Bruder schafft, diesen Sieg zu erkämpfen. Diese Wahl, mein Freund, überlasse ich dir. Ja, und wir haben jetzt quasi im Prinzip die Ionen-Kanone gekapert und können nun jetzt ein wichtiges Kulturbauwerk oder Machtzentrum oder wie auch immer, hier ist es zumindest so oder hier, können wir jetzt auswählen, dass dann eben von der Ionen-Kanone der GDI zerstört wird, was natürlich für mächtig Aufsehen erregen wird. Denn Nott wird ja nicht auf einmal so tun, als wären sie das gewesen. Es wäre ja viel schmerzhafter, wenn die Welt tatsächlich denkt, dass das von der GDI ausgeführt wurde. Hieran erkennt man eben aber auch, dass das Ende der Nott-Kampagne nicht Kanon ist. Denn der Afrika-Feldzug spielt, wie gesagt, vor dem Europa-Feldzug, also vor der GDI-Kampagne. Und wenn Nott es tatsächlich geschafft hätte, die Ionen-Kanone zu kapern, um damit eines dieser vier Bauwerke zu zerstören, dann hätte man davon in der GDI-Kampagne in irgendeiner Art und Weise erfahren. Auch, dass Kane zum Beispiel seinen Tempel in Südafrika aufbaut, ist ja nicht Kanon, er hat es in Sarajevo gemacht. Insofern, also Teile der Nott-Kampagne sind nicht Kanon, der Afrika-Feldzug im Gesamten schon, aber eben nicht das Ende jetzt hier zum Beispiel. Ich denke, wir zerstören das Weiße Haus. Taktisch betrachtet auch nicht unbedingt klug. Aber... Die Zahl der Toten bei diesem beispiellosen Desaster überstieg heute die 600er-Grenze, als Rettungstrupps und UN-Mannschaften bei ihrer Suche nach Überlebenden zwölf weitere Leichen aus den Trümmern zogen, die einst den Sitz der amerikanischen Demokratie bildeten. Der US-Präsident Robert Fielding, der sich zur Zeit der Katastrophe in Camp David befand, beteuerte erneut seine Unterstützung für die Vereinten Nationen trotz wachsenden Widerstandes gegen die Politik der globalen Defensivinitiative. Er bezeichnete den Zwischenfall als, Zitat, unvorstellbar schrecklichen Unfall. Der Kommandeur der GDI-Streitkräfte, General Mark Shepard, sagte heute früh in Begleitung von US-Generalbundesanwältin Nancy Griffiths vor einem Anhörungsausschuss des Senats aus. Shepard, einst der Sunnyboy auf dem Parkett der internationalen Diplomatie, schrumpfte unter den Fragen der aufgebrachten Senatoren sichtbar zusammen, die immer wieder Erklärungen für die Vernichtung des historischen Bauwerks forderten. Zerstört wurde aber auch der Glaube an so etwas wie Sicherheit im Zeitalter der modernen Hightech-Kriegsführung. Shepard bot zu seiner Verteidigung weder Entschuldigung noch ein Erklärung. Ja, und damit haben wir nicht nur die GDI-Kampagne, sondern auch die viel schwierigere Not-Kampagne abgeschlossen, obwohl die letzte Mission jetzt natürlich vom Schwierigkeitsgrad her wirklich nicht an das herankam, was wir aus den vorherigen Missionen der Not-Kampagne kannten. Ja, Kanon, wie gesagt, müsst ihr euch einfach nur merken, dass Cain augenscheinlich gestorben ist, dass wir seinen Tempel zerstört haben, dass die GDI über Not-Kampagne besiegte, zumindest nach vielen Schlachten und Verlusten. Aber das ist jetzt erstmal der Ausgang der Geschichte. Damit endet aber natürlich dieses Let's Play noch nicht, denn wir haben noch ein bisschen was vor. Doch dazu komme ich gleich, wahrscheinlich nach den Credits. Female Reporter, GDI Soldiers. Panic Not Soldier. Hm, auch nicht schlecht. Sehr schön. Beide Kampagnen abgeschlossen, aber wie gesagt, wir können hier in der Missions-Auswahl noch ein bisschen was machen. Ähm, man kann jetzt natürlich noch Missionen nachspielen, was ich ganz nett finde. Auch die Alternativ-Missionen, sowohl bei Not als auch bei GDI. Es gibt aber auch eine Erweiterung des Spiels und die nennt sich der Ausnahmezustand. Da haben wir nochmal ein paar Missionen oder ein paar neue Missionen pro, ähm, Fraktion, die man spielen kann. Und es gibt auch noch die Konsolen-Missionen. Die werden wir aber, glaube ich, nicht spielen. Ähm, da bin ich mir zumindest nicht sicher. Ich denke, die werden wir nicht spielen. Wir werden uns der Ausnahmezustand einmal anschauen. Wobei die Mission, wie gesagt, wesentlich schwieriger sein soll als dieses Hauptspiels. Da bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt irgendwie damit klarkommen. Das werden wir dann sehen. Und dann gibt es noch die Fun Park Dinosaurier-Kampagne. Wo man tatsächlich mit den GDI oder Not-Trucken gegen Dinosaurier kämpft. Und das wurde, glaube ich, zu, ähm, Ehren von Jurassic Park gemacht. Diese kleine Kampagne. Das sind irgendwie vier oder fünf Missionen. Weil Jurassic Park dann in die Kinos kam. Und da haben sie sich gedacht, machen sie hier so eine lustige kleine Kampagne. Damit werden wir beim nächsten Mal anfangen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir das zu Ende führen werden. Je nachdem, wie gut ich damit klarkomme. Aber ich hoffe, ihr seid dann weiterhin mit dabei. Und wir machen jetzt erstmal Schluss. Beim nächsten Mal mehr dazu. I want you. For an adventure.